Na, wen haben wir denn da? Philipp Markus Sattler, Ehemann von Caroline Beil, teilt auf Instagram diesen zuckersüßen Schnappschuss mit Töchterchen Ava. Mensch, ist die groß geworden! Die Tochter von Moderatorin Caroline Beil hat uns schon mit ihren süßen blauen Kulleraugen als Baby verzückt. Und jetzt kommen noch ihre niedlichen Löckchen dazu. Bei diesem Anblick kann man wirklich nur dahin schmelzen. Auch Papa Philipp ist der Stolz auf dem Foto anzusehen. Der kleine Sonnenschein scheint all die guten Gene seiner Eltern geerbt zu haben, denn auch Mama und Papa haben welliges Haar. Mit was uns klein Ava wohl als nächstes überrascht? Im Juni wird sie bereits zwei Jahre alt. Und dass die 52-Jährige und ihr Mann von Tag 1 an absolut glücklich mit ihrer kleinen Familie sind, das zeigen sie gerne mit privaten Einblicken auf Instagram. Hier herrscht einfach Familienidylle pur.